Hallo Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video habe ich ja einmal hier diese Brücke weitergebaut. Und ich würde sagen, in diesem Video werde ich die auch einmal weitermachen. Schreibt da gerne in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt und ob ihr Tipps habt, wie ich meine Spielfähigkeiten verbessern kann. Darüber würde ich mich mal sehr freuen und ich würde sagen, ich beginne jetzt direkt mal hier. Ich habe mir überlegt, ich mache hier direkt mal so einen Zaun an den Rand, damit man halt hier nicht runterfällt und generell halt besser aussieht. Und dann können wir noch über weitere Verzierungen vielleicht einfach mal drüber nachdenken. So, machen wir erstmal den Zaun. Zack, zack, zack. So. Oh. Ja, das sieht einfach besser aus. Also klar, man fliegt ja nicht runter, aber trotzdem für die Optik. Oder soll ich den Ball gucken, den größer machen die Brücke. Ne, oder? Ne, ich glaube, die ist gut so. Ich könnte ja auch mal neu noch eine Brücke bauen, dann vielleicht sogar so ein Haus drauf bauen auf die Brücke, aber... Können wir mal irgendwann mal machen. Ähm, so. Zack. Zack, zack, zack. Hier ein bisschen. Ja. Okay. So. Zack, zack, zack. Das kann ich ja noch direkt auf der anderen Seite machen. Okay. Jetzt machen wir das mal auf der anderen Seite. So. Am besten baue ich dann einmal kurz hier diese Blöcke ab. Ich habe jetzt leider keine Schaufel da, sondern eine Axt, aber es soll jetzt auch gehen. Okay, dann fangen wir mal hier an. Oh ne, das ist sogar eins zu viel jetzt. Ja, so ist richtig, glaube ich, oder? Dann einmal hier. So, zack. Super. Ja, jetzt sieht er schon mal viel besser aus. Jetzt haben wir hier einmal schon den Zaun fertig und auch schon hier die beiden Treppen. Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.